Wenn ihr auch Lust habt, an dieser Wette teilzunehmen und als Belohnung, als Kopfgeld, gibt es von uns nicht nur ein dickes Merch-Paket, sondern auch noch 100 Tacken von mir und Flo persönlich bezahlt. Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf eurem Lieblingskanal Flip Floyd. Alle 360er da draußen seien mir gegrüßt. Heute gilt es, Freunde, wir versuchen endlich Flo zu brechen und zu beweisen, dass er doch eine Seele hat und lachen kann. Wir schauen heute eine von euch eingesendete Try Not To Love Challenge. Wir erinnern uns, wir hatten euch gesagt, schickt uns welche, die Flo zum Lachen bringen und wenn ihr es schafft, werdet ihr fürstlich belohnt. Wir haben heute unseren ersten Contester, der hier gesagt hat, mit der kriege ich Flo auf jeden Fall zu lachen. Wir sind gespannt und starten direkt rein. Ist ne lange, ist ne lange. Ist ne lange, ist auch schon, ja. Hat ja mal gedacht, er pusht mal sein Glück hier mit 17 Minuten. Let's go. Das ist gross. es ist ein beliebter ist ein beliebter kniff in sea of thieves ich habe gedacht die nächsten 20 jahre sind für ihn jetzt so es ist ein glücklicherer Das ist ein Skaf-Face. Okay, let's get out of here. Okay. When people ask me how I get over speed bumps. Oh God. You just drop in and just smack the air. It's so geil. Drop down. Hat er eine Welle abgekriegt? Krass. Wir kennen Fisch. Ich glaube, das war eine Pizza Hawaii, oder? Dann hat er es verdient. Das war ganz knapp gerade. Das war auch wirklich die Kombi mit Ollis Lachen war knapp gerade, gebe ich zu. Ich muss mich fragen, was es ist wie ohne die Internet zu leben? Das ist alles. Ich habe die Fotos von deinem Mom durch die Mail. Oh You naughty naughty, you're teasing me, you naughty naughty Okay, fand ich gut Mom, why are they clapping? We didn't even land yet I understand, because he had onanished I think they had sex, he wasn't alone Oh, there was someone, I haven't seen Is there a bagel behind it? I love WatchMojo Welcome to WatchMojo That's me Oh no way Oh my god Can you do the intro for us? Please Welcome to WatchMojo No way That's really good Yeah Who the hell you think you are, huh? Oh lord Good number Okay Beeindruckend Absolutely I made a pet You're my friend now We're having soft tacos later Raw and cooked, it's that time of the year again I need you to make me a child real quick That's what I didn't understand Is he not coming out? Probably Perfect Perfect Now then, I have a car for you and everything, my child And off you go Goodbye Ah, they grow up so fast Your man might have the Star Wars Lego set Death Star Can you chug a sparkling water and knock her? This is the funny video of the last month For me Really? I can't even know that Really? So good Oh my god What do I do? You're my god You're my god Ah, exactly my humor Strong You're my god Strong Got you You're my god Okay You're my god Der Blick, Alter, als ob er aufrecht steht. Ist das ein Kartoffelfelder? Der letzte Blick, Alter, als ob er aufrecht ist. Das war die berühmte Schleifschlange, Olli. Das ist ja krass. Als ob... Der demütigt ihn richtig, Alter. Oh nein! Bitte! Ich bin froh, dass wir eine andere Kette bekommen. Warum bist du so schade? Der Hund spult sich selbst rückwärts ab, damit er vorwärts abgespielt aussieht. Loll! Oh Gott! Warum? Das ist doch keine gute Idee! Naja, die finden es witzig. Ah, der Hund ist jetzt komplett geschockt? Alter! Ja. Ja, ist klar. Das war eindeutig so eine Kunstform, die jemand für sich entwickelt hat während des zweiten Lockdowns. Ja. Ja. Das war so die Stimmung, in die du da kommst, in der du das entwickelst und dir denkst, ja, das ist Performance Art, das mach ich jetzt. Ich habe neulich gehört, dass Katzen Menschen Gesichter als Katzengesichter wahrnehmen. Ja, Fun Fact, eines der krassesten Zeichen, eines der größten auch Zeichen von Katzen für Zuneigung ist langsames Blinzeln. Augenkontakt halten und dabei langsam blinzeln und dann unbedingt zurückblinzeln, weil die Katze das sonst realisiert als totale Abneigung. Ja, wirklich, langsam zurückblinzeln. Super wichtig, wenn euch eine Katze direkt in die Augen schaut und euch bewusst anblinzelt. Ich habe erst was sehr Versautes gedacht. Weiß nicht, wie es euch geht. Wie sie... Ich weiß gar nicht, warum meine Nachbarn sich immer darüber beschweren, dass mein Staubsauger zu laut ist. Hier gehen die Schuhe. Geile Nummer. Geile Nummer. Richtig nice. Gut gemacht. I need to make the bed. Move. Na ja, sie hat das gemacht, was man von ihr wollte. Stimmt. Loll, Alter. Alter. Ich finde es witzig. Vielleicht hat die Katze einfach nur keinen Bock auf den Lärm. Versuch es abzuhalten. Ich bin ein bisschen. Ah, hallo, Gordon Freeman. Es ist gut zu sehen. Sie sind ein bisschen. Mein Name ist Leader Powerstein, Going-Tex-Shit-Indian. Okay, Merk. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Man ist ein bisschen. Aber ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Mein Name ist Kat. Werf. Ich bin ein bisschen. Ah, okay. Der Akzent ist aber schon geil. Dialekt. Alter ich sehe viel zu viele Videos wo das passiert. Ich sehe immer wieder das gleiche Video. Das war legit lustig. Nee, weißt du was ich gedacht hätte was bei ihm rauskommt? Der Typ aus Hangover? Der Typ aus Ip Man. Oh ja, Donny, 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 Donny Cheng. Donny, Donny Yang, Donny Cheng. Donny Yang, oder? Ich glaube, ja. Ich weiß, wen du meinst auf jeden Fall. Ja, Ip Man. Donny Yang, wo ich früher gedacht habe, Ip Man. Donny, stimmt. Okay, krass. Das ist so gut gemacht. Los. Schön. Ah doch, den Schläger ausgeschmuckt. Schön gemacht. Gefällt mir. Ganz ehrlich, wenn er den Finger durch einen Alligator verloren hat, dann bestes Tattoo ever. Ja, auf jeden Fall. Ja, sad. Hä? Warum ist sie... Sie hat sich festgehalten an dem Ding. Ja. Ja. Oh, tschuuu! Träurig. Das war eine gute Nummer. Fand ich lustig. was wir desktop nicht hier?" Can- Can we please? Can we please? Please, Sven, please! What processor 진ja? Haha- Nice. Alter, ich will das Ja Den was für einen absurd krassen Sonnenuntergang fällt dir dann bitte auf Wo war das, fucking Arizona? Das war halt GTA-Level, ne? Ich glaub, das war, ja Ja nun, er ist eine Disney-Prinzessin Ja man Hey, the Popfrog War nicht schön Oh Gott Alter, ich wette, der hat's verdient Okay Hunde, Alter Ich weiß gar nicht, was die immer für eine Begeisterung haben Vom Wasserstein Hunde führen einfach ein besseres Leben Hunde, Hunde, Hunde Jawoll Spanisch ist einfach so eine fantastische Sprache So tust du das? Oh, das wird lustig Nee, es ist reudig, ja, ich wollt grad sagen, es kommt aus ihrer Nase Oh, das brennt Dann kenn ich noch ein ganz anderes Video, wo was ähnliches passiert, aber es ist nicht YouTube Okay Hey, excuse me Hey, I was wondering, do you know who put Gullib on this guy? Do you know who did it? Good one You don't know who did that? Did you see? I'm not looking You know Okay I was just wondering who did it Have a good one Wenn das kein Edit war, sondern das haben wirklich angeflummelt, werden nicht sie Auch wenn sie das macht, will ich nicht, dass sie das von mir verlangt Now your turn Your turn Good job Das ist einfach nur zu krass, Mann Mhm Ich finde, es sollte irgendwie so eine Liga für solche Menschen geben, die dann halt einfach superhängig sind Alter, das wäre noch länger Also, wenn die diese Liga übertragen würden, wäre das länger als eine Folge Schlag den Star und das kannst du niemandem antun Ja, aber gerne Werbeveranstaltung Ich bin trying to contact you regarding your call's extended warranty Ich fand das Pferd richtig lustig Alter, was? Aimbot, oder was? Jungfrau, Olli Jungfrau Das wahrscheinlich, ja Okay, er war stark Das war das Schlauste, was ich je gesehen habe Das war mit Abstand Fick mal die Relativitätstheorie in Ihrem uralten Arsch Aber das war das Schlauste, was ich je in meinem Leben gesehen habe Aber hallo, das war richtig smart Das nimmt ja alles aus dem Leben Karl May, Karl Marx Egal welcher Karl Karl May, Karl Marx Aber der war krass, der Typ Der Text, Alter Äh, 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 äh Äh Oh, loll Wow Wow. Ah! Nun ... Freunde, ich sag mal so, ich sag mal so, ihr habt gesehen, drei viele gute Clips waren dabei, ne? Es war zweimal knapp und damit schon zweimal näher dran als die letzten ... sechs, sieben Sachen. Also, Freunde, wir nähern uns, ja? Es war ein guter Vorschlag, wir waren zweimal nah dran. Ihr habt gesehen, wo Flo lachen musste, mehr davon. Dann schaffen wir es vielleicht, diesen Mann zum Lachen zu bringen. Wenn ihr auch Lust habt, an dieser Wette teilzunehmen, und als Belohnung, als Kopfgeld, gibt es von uns nicht nur ein dickes Merch-Paket, sondern auch noch 100 Tacken von mir und Flo persönlich bezahlt für den Gewinner dieser Challenge. Also, haut in die Tasten, sucht uns geile Challenges raus, und dann gucken wir mal, ob da was wird. Jetzt guckt noch ein Video. moldkamp Bis zum nächsten Mal.